Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Erntevideo vom Pilz Loibi. Leider ist eigentliche Ernten heute schon vorbei, aber den Erfolg möchte ich euch zeigen. Und zwar habe ich jetzt gerade meinen eskalierten Killercycling geerntet. Perfektes Ergebnis mit 805 Gramm. Naja, ein paar kleinere Pilze wären schön gewesen, aber so kann man sie wunderbar verarbeiten. In dem Sinne, macht's gut, euer Pilz Loibi. Und dann geht's gut. Und dann geht's gut. Und dann geht's gut. Und dann geht's gut. Und dann geht's gut.